Hallo schön, Falk. Hallo, Simon. Und hallo, Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode des fantastischen Text-Adventure-Podcasts, in dem wir wie immer Text-Adventure spielen. Und dieser Tage ist es auch ein neues, denn wir haben das letzte Mal die Wasserhasser abgeschlossen. Nee, der Wasserhasser. Das Spiel von letzter Folge. Richtig. Und dieses Mal machen wir weiter mit einem anderen Spiel, dessen Name da ist? Die Pionierin und die Tragödie des telematischen Typewriters. Genau. Ja. Gibt es noch etwas anderes zu sagen? Ich gucke gerade. Nein. Es ist wieder eines von diesen Spielen von Michael Baltes. Oder zumindest von ihm übersetzt, ne? Ja, ich bin unsicher. Also es steht da, dass diese Geschichte eine längst vergessene Geschichte aus den Anfängen des Computerzeitalters ist. Und dahinter steht Michael Baltes, aber darunter steht dann, geschrieben mit TATS 3 von Michael J. Roberts. Ja. Und wenn man dann in die Info guckt, dann steht da, die Pionierin und die Tragödie des telematischen Typewriters war ursprünglich als Beitrag zu Oscar Christmas 2011 Minicomp gedacht, wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Und erst 2012 vollendet. Diese Geschichte hat vier verschiedene Enden. Zwei sind schnell erreicht. Für die anderen beiden brauchst du etwas länger. Wenn du hinter das Geheimnis des telematischen Typewriters kommst, kannst du die Geschichte im erklärenden Modus neu starten und noch etwas mehr über die Hintergründe erfahren. Klicke mal an da. Aha. Ist ja schon komplexer. Die Geschichte im erklärenden Modus neu starten. Ja, wie heißt es auf DVDs oder in Videospielen sagen müssten? Hier, ähm, na, äh, Kommentator, Kommentarfunktion. Also wie heißt das? Ja, so. Entwickler-Kommentarfunktion. Instruktionen gebe ich jetzt nochmal ein. Ah ja, wir können, was? Ach so, wir können Befehle eingeben und Abkürzung, Fortbewegung. Ich will jetzt nochmal gucken, ob hier fortgeschrittene Befehle, das ist doch was für uns. Naja, nee, doch nicht. Ja, weiß nicht. Nimm alles ist ein fortgeschrittener Befehl. Ja. Gut, äh, aber haben wir jetzt die, wir hätten Zuhörer genug gelangweilt. Ich würde sagen, wir können ja mal anfangen. Meinst du so schnell? Äh, ja. Ich, ich finde nicht mehr aus dem Menü heraus. Ich bin jetzt in diesem Hilfe-Menü und komme da nicht mehr raus. Ich habe schon versagt. Ah, okay. Q wie Quit ist die magische Taste gewesen. So. Also, ich bin bereit. Warte, ich muss mich noch geistig vorbereiten. Okay. Lass mal tief einatmen. Wir sind nämlich in einem US-Marine-Waffenzentrum. Da muss man Vorsicht walten lassen, sonst geht hier noch was hoch. Piff, piff, paff, puff. Also, lege er los. Ach, guck mal, da oben stehen sogar, ähm, welche Ausgänge es gibt. Ja. Und bei mir steht da gerade rein. Ja, bei mir auch. Man kann also nur reingehen. Der Ausgang ist rein. Das ist dann also ein Einreingang, könnte man noch sagen. Die letzten Monate waren mehr als turbulent. Du hast gearbeitet bis zum Umfallen, bis du schließlich in einen Dämmerzustand zwischen Wachsein und Schlafen verfallen bist. Die Zeit hat jegliche Bedeutung für dich verloren, denn schließlich zählt nur eines. Der Erfolg des Projekts. Gestern bist du seit langem wieder einmal rechtzeitig ins Bett gekommen. Die zahlreichen Tests sind alle fehlerlos durchlaufen und dein Mitarbeiter H.J.G. Rottenberry hat dich mit den Worten, gehen Sie heim, ich mache hier noch klar Schiff, nach Hause entlassen. Du bist in einem tiefen, traumlosen Schlaf gefallen und heute Morgen zum ersten Mal seit Monaten erholt aufgewacht. Eee. Ja, und jetzt sind wir in dem US-Marine-Waffenzentrum Dalguen und dort bricht glitzernd das Licht der frühen Morgensonne in den Wellen und strahlend blauer Himmel erstreckt sich. Achso, in den Wellen, Wasserwellen, ja okay. Und strahlend blauer Himmel erstreckt sich über die kleine Küstenstadt Dalguen. Dalguen, nehme ich jetzt mal an, muss man das aussprechen, oder Dalgren, ich weiß es nicht. Du stehst vor dem Waffenzentrum deiner Arbeitsstätte und heute ist der große Tag, an dem dein Projekt die Feuerprobe bestehen soll, im wahrsten Sinne des Wortes. Bin schon gespannt. Okay. Ich, ähm, ja, ich halte mich noch zu. Äh, kicken wir uns selber an mal, oder was? Ja, aber ich auch. Ich hab schon darauf gewartet, ob du auch denselben Gedanken hast wie ich, wir schauen uns erstmal an. Ja, klar. Ja, wir sind ja ein alteingespieltes Team, ne? Dein Name ist Grace und du bist Pionierin auf dem Gebiet der Computerprogrammierung. Ui, ui, ui. Heidebimbam. Das wissen wenige, ne? Ich glaub, die ersten Programmierer waren Frauen. Ja. Ja. Ja, das, äh, das hat irgendwie, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, irgendwie starten die Frauen da durch und dann kommt, weiß ich nicht, macht irgendwie, macht irgendwer das Licht aus, dann macht jemand das Licht wieder an und plötzlich sind alles nur noch Männer. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Ne, ich hab da mal was drüber gelesen. Ich glaube, äh, früher waren das hauptsächlich Frauen, weil das galt früher als Frauenjob. und irgendwann haben die Programmierer dann angefangen, ordentlich Kohle zu verdienen und dann wurden sie halt von Männern ersetzt oder langsam aus dem Geschäft rausgedrückt. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Reportage war oder ob das, ob das ein Buch war, was ich gelesen habe. Also es ist jetzt wirklich kein Witz, also es war irgendwie, Computer waren immer Frauen. Computer waren immer Frauen. Schöner Satz, kann man sich sehen lassen. Nein, also Computer kommt ja, also ist ja eine Berufsbezeichnung gewesen früher. Stimmt, ja. Es waren Menschen, die halt Dinge kalkuliert haben, also berechnet haben. Ja. Also so arschkomplexe Sachen von Hand. Ja. Und irgendwann hat man halt dann Computer, Computer genannt, also die technischen Sachen. Und dann waren scheinbar Frauen immer noch die, die programmiert haben, weil wahrscheinlich Männerarbeit war, weiß ich nicht, Stahl schweißen und Kriege fechten. Und ja, irgendwann wurde das halt sehr lukrativ und dann haben sie wahrscheinlich festgestellt, ja ne, lukrativ, das müssen Männer machen. Genau. Die Frauen sagten, ach Geld, was sollen wir denn mit Geld machen? Handtaschen und Leid waren ja noch nicht erfunden damals. Genau, stimmt, genau. Schuhe gab es nur in Grau damals. Das Fernsehen nur schwarz war. Ne, also. Also, ähm, der Klischee-Bus ist wieder vorbeigefahren, hat ein Päckchen verloren, glaube ich. Naja, also wir haben uns das auf jeden Fall mal angeschaut und wir sind also Grace. Ich guck mal ins Inventar, was haben wir denn? Du hast nichts bei dir. Ja. Nicht mal Klamotten. Naja, doch. Also wir haben ja in die Jackentasche geguckt, quasi, oder in die Hosentasche. Also, wenn hätten wir nichts an, könnten wir ja auch nichts mit uns tragen. Naja, gut, unter den Armen vielleicht. Ja, Details. Also. Okay. Was machen wir? Ähm, ja. Hier steht ja, warte mal, ich muss jetzt mal ganz nur, glitzernd bricht sich das Licht der frühen Morgen, sondern in den Wellen, ein Strand, der schreckt sich über die gleiche, okay, du stehst vor dem Waffenzentrum, interessant, dein Arbeitssteller, großer Tag heute, alles klar. Ja gut, da wir nur reingehen können. Ja. Wir können uns umschauen, aber es macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? Schau, zurück, ich, ne, geht nicht. Du siehst deinen Po. Ja, genau, wenn du zurückschaust. Nein, ich dachte aber, dass da so was steht wie, hey, du siehst die Straße, aus der du hergelaufen bist oder so. Aber gut, geht nicht also rein. Mhm. Gut. In der Eingangshalle. Dein Vorgesetzter, General Malcolm Ace Granger, wir müssen uns entscheiden, wie wir die alle aussprechen. General Malcolm Ace Granger, oder wie sowas heißt dann wahrscheinlich? Hat dafür Sorge getragen, dass alles in einem feierlichen Rahmen abläuft. Die Halle, die sonst leer und nüchtern ist, ist reich geschmückt und voll von Marinesoldaten, die in zwei Reihen spadier stehen. Der Blickfang schlechthin ist eine dir zu Ehren angefertigte Plastik einer Weihnachtsfrau. Okay. Also bring zu Ende, was du vor über einem halben Jahr begonnen hast. Was, dich neben die Plastik stellen oder was? Naja, diese dir zu Ehren angefertigte Plastik einer Weihnachtsfrau. Also, okay. Bitte was? Ich hab mir mal, ich hab mir mal die Wikipedia zunutze gemacht und ich nehme mal an, dass Grace Hopper gemeint ist. Die war nämlich eine US-amerikanische Informatikerin und Computerpionierin. und, äh, ja, hat Dinge getan. Genau. Ach, kiekse an. Aha. Genau. Kann man sich mal an. Sollte man vielleicht jetzt nicht weiterlesen. Vielleicht geht's. Oh, die ist aber alt auf dem Bild. Genau. Also, ja, naja, ähm, ja, Männchen halt, ne? Die werden auch mal älter. Genau. Also, Grace Hopper scheint es zu sein. Aber, genau, lass uns das nicht weiterlesen. Denn sonst spoilen wir uns ja vielleicht noch mit Dingen, die sie getan hat. Also bring zu Ende, was du vor... Okay. Gut. Ähm. Wir können... Wenn wir jetzt wüssten, was wir vor einem halben Jahr angefangen haben. Ja, das können wir rausfinden. Und guck mal, die Ausgänge da oben, da steht rein und raus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter rein. Eine vorpuppetäre Klasse würde jetzt kichern. Ne, warte mal, wir gehen, ähm, ähm, ich guck mir mal kurz diesen General an. Schau. Ne, der ist doch nicht da. Ja, es steht doch nur, dass er dafür Sorge getragen hat. Aber der ist doch... Ja, aber der wird ja... Die Halle, die sonst leer ist. Ja. Ach nee, stimmt. Ja, stimmt. Verstehst du jetzt, ne? Okay, lass uns... Ich glaub, der ist nicht da. Wir gehen einfach rein. Ja, komm schon rein. Wir wollen das ja nicht hinziehen. Ähm, Schaltzentrale. Also, wir gehen quasi an der Weihnachtsfrau vorbei. Okay, alles klar. Die Schaltzentrale ist aufgeräumt und sauber, so wie du es gewohnt bist. Du würdest dich blind in diesen Raum zurechtfinden. Was wolltest du sagen? Hm? Ich nicht. Wolltest du... Nichts? Okay, dann hatte ich hier nur einen Knackser im Johnny. Äh, du würdest dich blind in diesen Raum zurechtfinden. In der Mitte ist dein Arbeitsplatz. Ein Stuhl vor einem abgenutzten grauen Tisch mit der Hauptkonsole. Flankiert von einem Feiern... Flankiert von einem Fernschreiber die einzige Möglichkeit, mit dem Harvard Mark II zu kommunizieren. Du kannst von hier den eigentlichen Computerraum betreten oder wieder in die Eingangshalle zurückgehen. Auf dem Tisch sind ein Telefon, ein Logbuch, eine Schreibmaschine und ein Briefumschlag. Ja, jetzt wo du das gesagt hast, sollten wir vielleicht die Weihnachtsfrau doch nochmal untersuchen. Aha, siehst du? Weißt du, am Ende hat die... Also nochmal kurz raus und dann schauen wir uns mal die Weihnachtsfrau an. Das will ich jetzt doch nochmal wissen. Weihnachtsfrau. Sie ist aus Metall zusammengeschweißt, eine Ikone der Emanzipation, komplett mit Tanktop. Amerikanische Fahne, natürlich. Erlangen, wehenden Haar und einem triumphierenden Gesichtsausdruck. Jetzt kommt der Simon Gemouf. Schau hinter Weihnachtsfrau. Na und unter. Wobei, das wird langsam... Ja. Diesmal sexistisch. Genau. Nee, warte, hat sie einen Rock an? Nö, steht nicht genau da. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Okay, schau unter. Ja, wir müssen unserer Pflicht nachkommen. Ich kann jetzt hier nicht nur, weil das eine Frau ist, meine üblichen, investigativen... Ja, das stimmt. Da muss Gleichheit... Nee, ist aber nichts Ungewöhnliches. An dieser Frau ist alles normal. Weihnachtsfrau, bitte. Also rein nochmal. So viel Zeit muss sein. Weihnachtsfrau. Genau. Okay, jetzt sind wir wieder also in der Zeitzentrale am Tisch. Telefon, Logbuch, Schreibmaschine und Briefumschlag. So viele Sachen. Da weiß man gar nicht, was man zuerst anpacken soll mit seinen Griffeln. Jetzt bin ich hier mal kurz. Warte mal. Also oben steht ja... Ja. Rein, raus. Das macht dich ein bisschen nervös, kann das sein? Nee, warte mal. In der Mitte ist dein Arbeitsplatz, ein Stuhl vor einem abgenutzten Grundtisch mit der Hauptkonsole, flankiert von einem Fernschreiber. So, und unten steht, auf dem Tisch sind ein Telefon. Ist das der Fernschreiber? Ein Logbuch, eine Schreibmaschine und einen Briefumschlag? Nee, der Fernschreiber flankiert doch den Tisch. Also ist der Fernschreiber neben dem Tisch. Ach so, warte mal. Wir reden hier von richtig lange Herren. Ich muss davon, ich darf nicht mehr davon ausgehen, dass das so kleine 3x3 cm große Devices sind. Der Fernschreiber ist ja quasi ein Fax, was aber alles in eine Zeile druckt. Und wahrscheinlich 3,80 Meter mal 4,70 Meter oder sowas. Genau, und dabei macht er Geräusche wie, so ungefähr. Ah, das wusste ich nicht. Also warte mal. Also, der Mitte ist dein Arbeitsplatz, grauer Tisch mit der Hauptkonsole. Ganz ruhig. Nee, ich muss doch, ich bin doch Grafiker, ich muss mir das geistig, vor meinem geistigen Auge. Wir können doch Stück für Stück durchgehen. Guck mal, wir untersuchen uns erstmal, ganz ruhig, wir untersuchen uns erstmal das Stühlchen. Ich brauche gleich eine Plastiktüte. Stuhl. So, pass auf. Es ist dein einfacher Holzstuhl mit Lehne. Langsam. So, und da setzen wir uns jetzt mal drauf. So. Also, setz dich auf Stuhl. Setz dich auf Stuhl. Okay, du sitzt jetzt auf dem Stuhl, siehst du? Sehr gut. Das ist alles super. Jetzt untersuchen wir mal den Tisch. Dein Arbeitsplatz ist aufgeräumt und ordentlich. Wie immer. Auf dem Tisch sind ein Telefon, ein Logbuch, eine Schreibmaschine und ein Briefumschlag. So, aber bevor wir jetzt so verrückte Dinge machen, wie das Telefon angucken, schauen wir erstmal unter den Tisch. Ja. Aber da ist nichts Ungewöhnliches. Na gut, hätte ja sein können. So. Ich möchte jetzt die Hauptkonsole untersuchen. Bist du bereit dafür, ja? Ich zwinge mich. Und los. Die Konsole ist direkt mit dem Harvard Mark II verbunden. Der rote Knopf, der leuchtend und gut sichtbar an der Oberseite angebracht ist, startet dein Berechnungsprogramm. Aha. Oh, aber warte mal, warte mal, warte mal. Roter Knopf, der leuchtet. Nee, nee, nee. Das drücken wir nicht. Also, wenn wir eins gelernt haben aus amerikanischen Filmen, dass rote, leuchtende Knöpfe nie etwas Gutes tun. Na, na doch. Also, nur die, die hinter einer extra Plastikabschirmung, äh, Verpackung, also hinter so einem. Verstehst du? Du musst extra was hochklappen, nur dann sind die böse. Ach, dann sind die böse. Und du musst vorher noch irgendeinen, noch einen, äh, Schlüssel umdrehen. Ja, ah. Na gut. Also, im Schlüsselloch. Aber bevor wir den drücken, können wir ja nochmal die anderen Sachen untersuchen, denn... Das würde ich gutheißen. Falls was schief geht, könnte man ja schon mal das Telefon, oder? Das Telefon hat eine Standleitung, uiuiui, zu General Malcolm A's Grandeur. Das ist der Typ, der Generalagent. Du hörst noch seine Worte. Grace, Sie finden den Umschlag auf Ihrem Tisch. Der Abschluss muss im vereinbarten Zeitfenster... Nee, der Abschuss. Siehste? Der Abschuss muss im vereinbarten Zeitfenster erfolgen. Also trödeln Sie nicht. Dieser Tag wird ein großer Tag für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Kurze Gedenkminute für die USA. Ja, die, äh, Minuten vergehen hier im Textland schneller als, äh, woanders. Hast du dir auch, äh, die Hand aufs Herz gelegt? Beide. Der Abschuss. Okay, sehr gut. Hast du das gesehen? Der Abschuss, ne? Da stand nicht der Abschluss oder so, der Abschuss. Ja, verstehe schon. Von wegen, der rote Knopf ist nicht böse und so weiter. Abballern. Ja, wie, solange man nicht selber stirbt, ist das ja okay. Ja. Okay, dann untersuchen wir aber trotzdem nochmal das Logbuch. Da steht bestimmt was drin, was man da eintippern kann. In dem Logbuch sind fein säuberlich alle Fehler des Harvard Mark II Notizen. So, und weil wir perfekte Amerikaner sind, haben wir natürlich nie Fehler gemacht. Deswegen ist das leer. Ich lese mal rein. Dennoch schaue ich rein. Äh. H. J. G. Rottenberry, dein wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat gestern einen Eintrag geschrieben. Er hat Notizen zu einem Programm namens Hand aufgeschrieben. Na, das ist ja witzig. Habe Hand auf Herz und Nieren getestet, erfolgreich beendet und keinen Fehler mehr gefunden. Faszinierend. Ich bin restlos begeistert. Bindestrich H. Ich glaube, da ist ein Fehler. Ich glaube, er wollte Hand mit D schreiben und ist eigentlich ein Tierarzt. Ja. Weil dann hätte er einen Hund auf Herz. Ich schreibe mir diese Möglichkeit auf meinem unsichtbaren Notizblock auf. Wieso, da ist doch ein Logbuch. Da hätte er den Hund auf Herz und Nieren untersucht. Und so, gut, nach diesem Simon später aus Folge herausschneiden. Okay, ich habe mir noch kurz nur nichts gemacht. Na, das wird eine sehr interessante Folge, wenn nur du dabei bist. Ja, für die anderen. Ja. So. Was muss man noch untersuchen? Die Schreibmaschine und den Briefumschlag. Eine schwarze Schreibmaschine in den gewohnten Tasten. Seltsamerweise ist sie mit der Konsole vertratet. Was kann nur dein wissenschaftlicher... Achso, das kann nur dein wissenschaftlicher Mitarbeiter H. J. G. Wattenberry gewesen sein. Sonst hatte niemand Zutritt zu diesen Räumlichkeiten. Nur die ganzen Leute, die diesen Raum vorher geschmückt haben und die Weihnachtsfrau aufgestellt haben. Also zumindest war die Tür ja nicht abgeschlossen. Irgendwie. Durch die wir jetzt hier reingekommen sind. Schau dich um. Und dann hätten wir noch die Haupt... Nee, doch. Hauptkonsole. Nee, haben wir ja schon. Fernschreiber. Fernschreiber untersuchen, ne? Na, und den Umschlag. Achso, Umschlag, ja. Genau. Ja. Also Moment, ganz kurz nur zum... Definieren, dass ich das richtig verstehe. Also, die Schreibmaschine ist halt einfach nur eine fucking Tastatur, die am Rechner angeschlossen ist. Richtig? Nein, Falk, es ist eine Schreibmaschine, die mit der Konsole vertratet ist. Ich weiß nicht, was du daran nicht verstehst. Okay, alles klar. Ich nehme an, also meine Theorie wäre jetzt, dass du sowohl auf Papier tippst, als dann auch in diesen Fernschreiber oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es früher schon eine Schreibmaschine gab. Ach, hier erst so einen markischen Spruch kloppen und dann zurückziehen. Ah ja, ich verstehe. Ja, Fernschreiber. Ja, gut. Also, der Fernschreiber ist ein großer Kasten mit einer Papierrolle, auf der Nachrichten des Computers aufgeschrieben werden. Damit wäre das also auch erklärt. Nee, das ist ja nur der Fernschreiber. Haben wir beide quasi recht. Der Fernschreiber schreibt auf, was wir tippen, also auf Papier, während wahrscheinlich die Konsole gleichzeitig auch alles aufnimmt. Ja, gut, wir werden das gleich... Und ich gehe mal davon aus, dass die Konsole... Warte mal, untersuche Konsole. Ist das vielleicht so eine Hardware-Sache? Okay, die Konsole ist direkt mit dem H-Wart 2 verbunden, der rote Knopf, der leuchtet. Okay, das heißt auch noch, die Konsole, wir hatten doch vorhin schon mal... Ah, okay, die Hauptkonsole. Alles klar, also Konsole und Hauptkonsole ist das gleiche. Und dann haben wir noch, was habe ich gesagt? Den Fernschreiber. Und das ist ein großer Kasten mit Papierrolle. Okay. Ja. Habe ich das jetzt nur in Gedanken vorgelesen, was der Fernschreiber ist? Nee, das habe ich doch eben vorgelesen. Naja, okay, tschuldigung. Also, hier steht so viel Technik rum, weißt du, wir sind ja schon... Ja, da muss einfach nur ein Smartphone recht draus. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Alles, was über so die Komplexität eines einzelnen 5x10 cm großes Kästchens mit Bildschirm übersteigt, ist einfach zu viel für uns. So, jetzt untersuche Briefumschlag. Nicht, dass da irgendwie was drin ist. Ja, ein Umschlag von General Malcolm. Er ist geschlossen. Wer? Der General? Öffne Briefumschlag. Das Öffnen des Briefumschlags bringt einen Brief und eine glatte Lochkarte zum Vorschein. Eine Lochkarte. Lies Brief. Verehrte Mrs. Hopper. Siehste? Heißt es Mrs. oder? Ja, Mrs. oder? Achso, oder Miss. Oh, ah. M-R-S-Punkt. Ich würde sagen Mrs. Mrs. Würde ich sagen. Also, ihr raten. Gut, ist ja 50-50 jetzt. Äh, anbei finden Sie die Lochkarte mit den erforderlichen Daten für die Berechnung. Führen Sie die Berechnung aus, geben Sie mir das Ergebnis telefonisch durch und zwar A-S-Punkt-A-P-Punkt. Bewahren Sie strengstes Stillschweigen. Wenn das Experiment glügt, werden die Vereinigten Staaten in der Kriegsführung den Rest der Welt einen großen Schritt voraus sein. Ja. Vertrauen Sie mir voll und ganz, gezeichnet General Malcolm Ace Granger. Sag mal, also wir werden das wahrscheinlich gleich besser wissen, aber diese Lochkarte hätte der Heini doch selbst noch in den Rechner stecken können, oder? Ähm. Oder muss da noch mehr gemacht werden? Muss da noch mehr gemacht werden, nachdem man die Rechnung hat? Das Reinstecken hätte er bestimmt hinbekommen, das stimmt. Naja, gut. Also, da braucht es die grazilen Finger unserer, äh, von uns, von uns Frau Grasshopper. Aber vielleicht muss man da nachher noch was ausrechnen oder so. Ich würde schwer davon ausgehen, ja. Also, wir haben jetzt diese Lochkarte genommen, also hab ich zumindest, neben Lochkarte, nicht wahr nicht. Und, Schwanz steht in dem Brief drin, wo die rein muss? Ja, äh, in den, also in, also, äh, ja, wo muss die rein? Genau, das war, genau das war mein Gedanke gerade. Na, in den Computer, in die Hauptkonsole natürlich, oder? Sicher? Ja. Immer wenn ich da Konsole lese, muss ich irgendwie an das schwarze Terminal hier auf dem Rechner denken. Irgendwie, ich glaube, ich interpretiere das noch ein bisschen. Steck Lochkarte in Hauptkonsole. Ne, das geht nicht. Siehste, ich hätte nämlich geschrieben, steck Lochkarte in das Gerät in... Dass die Lochkarte muss. Dass die Lochkarte kommt. Ähm, ich glaube hier, ich glaube, man kann das hier gar nicht reinstecken. Wahrscheinlich muss man rübergehen zum... Warte mal, untersuche Lochkarte erstmal. Okay. Sie hat Löcher wahrscheinlich. Die Lochkarte enthält das geheime Ziel der Rakete. Irgendwo in der Wüste Nevadas. Sie ist glatt und wie neu und natürlich streng geheim. Hä? Die Rakete? Ne, Moment mal, wie... Äh, Moment, muss da in der Lochkarte nicht... Müssen da nicht Löcher drin sein? Oder was meint die glatt und wie neu? Ja, ja, wahrscheinlich ist die Lochkarte glatt, aber hat Löcher. Ja, okay, wollte gerade sagen, glatt und wie neu schließt die Löcher nicht aus. Oder die Rakete. Die Rakete könnte auch glatt sein. Oder die Wüste, die könnte auch glatt sein. Und neu. Oh, okay. Okay, okay. So, also wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo diese doofe Lochkarte hin muss. Naja, äh, ja. Boah, die Marthe, die war heute sprudelhaft. Also hier haben wir jetzt alles gemacht, ne? Schau dich um. Okay, dann lass nochmal reingehen. Also wir haben jetzt wieder Eingänge, es geht auch weiter. Achso, ich kann nochmal weiter. Ja, siehste, hier Computerraum. Äh, oh, auch schön. Ich hab jetzt eingegeben, dass wir reingehen und dann steht in Klammern erst aufstehen. Wir sitzen ja immer noch auf dem Kluge. Achso, warte mal. Hier in der Schaltzentrale steht da nochmal, warte mal. Du kannst von hier den eigentlichen Computerraum betreten oder wie in, oder in die, ah, okay, alles klar, okay. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch vorgelesen. Ach, man hat aber auch nur ein Gehirn, ne? Das Herzstück der Anlage, ja, siehst du, und deswegen haben die Frauen da die Rechner gesetzt, weil die Männer einfach früher, weiß ich nicht, vergessen haben, alles vergessen haben. Du würdest sagen wahrscheinlich, komm, Männer geht spielen draußen. Genau, genau, die spielen Krieg und die Frauen machen Krieg. Mit echten Waffen, genau. Das Herzstück der Anlage der Harvard Mark II. Alle Wände sind vollgepflastert mit Schaltkreisen, Relais, Steckverbindung und Elektronikkram. Du kannst von hier wieder in die Schaltzentrale zurückgehen. In dem Eingabeschlitz befindet sich eine zerknitterte Lochkarte. Was ist das? Oh, da hat der General garantiert versucht, das selbst reinzufrieden. Da war doch ein Mann dran, bestimmt. Nimm zerknitterte Lochkarte mitgenommen und jetzt untersuche zerknitterte Lochkarte. So, hier, eine Lochkarte, zerknittert, als hätte sie jemand in einer Hosentasche gehabt. Meine Fresse, das war garantiert so ein Typ. Mann, alles muss da in die Hose gesteckt werden. Übrigens, wo da was mit Computerkram steht, da gibt es was vom 33C3, glaube ich, war das. Und zwar, fuck, F-U-C-K. Bitte? F-U-C-K. Steht für Frauen und Computerkram. Ja. Finde ich sehr witzig. Gibt es T-Shirts von oder gab es T-Shirts von? Ich weiß nicht, ob das nur ein Witz war oder ob das tatsächlich irgendwie eine Gruppe von Coderinnen ist. Ich glaube, das ist sogar ein Hackerspace in Berlin, glaube ich. Extra für oder von Frauen, glaube ich. Und der heißt Fuck. Äh, die, ja, also. Ich weiß ja nicht, ob das so eine perfekte Nachfrage ist. Das könnte man ja mal rausfinden. Aber man könnte aber auch die Lochkarte untersuchen. Jetzt will ich hier ein bisschen Knowledge droppen, wie du sonst immer. Und dann wird einem glatt zwischen die Ober- und Unterlippe gefahren. Okay, lass uns weiterspielen. Ja, wenn du noch was, äh, ein, ein, ähm, ja, sag doch, jetzt. Nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich sollte die Leute mal selber Google benutzen. Einfach mal nach, hier, Frauen und Computerkram suchen. Einfach mal nach Frauen und Fuck suchen. Ja. Da werden wir schon was finden. Toll, an dem Fall. Sehr gut. Ja, soll man halt DuckDuckGo benutzen. Da findet man halt auch. So, ähm. Wo waren wir? Ja, im Computerraum, wir wollen jetzt unsere geile, glatte Lochkarte in den Schlitz schieben. Nee, Moment, 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 Freunde. Bevor wir hier nicht grundlegend alles untersuchen, mache ich hier gar nichts. Äh, schade ich. Okay, untersuche, ups, untersuche. Mark. Eingabe Schalitz. In den Schlitz passt genau eine Lochkarte. Das aktuelle Programm, das der Mark II Computer ausführt. Ja, ich hab den Mark II auch mal angeguckt. Der Mark II. Äh, heute ist der entscheidende Testlauf die Feuerprobe für den Einsatz von Computern in der Kriegsführung. Ja. Also ins Wahnsinn. Ja. Denn du musst zweimal das I benutzen. Den Buch, also die Zahl 2, äh, versteht er nicht. Ach so, ja, natürlich. Es ist ja auch Mark II, sozusagen. Äh, Moment mal. Was denn? Wenn ich's richtig betrachte, versteht er 2i auch nicht. Das Wort 2i ist in dieser Geschichte nicht notwendig. Also ich hab einfach nur Untersuchermark eingegeben und, äh, er hat das verstanden. So. Ich untersuche mal die Schaltkreise. Ah, guck mal, das ist, oh, ah, sehr schön. Also, nochmal für unsere Zuhörer. In dem Satz oben steht ja, alle Wände sind vollgeflastert mit Schaltkreisen, Relais und Steckverbindungen, nicht? Und Elektronikrahmen. Und jetzt hab ich also nur die Schaltkreise untersucht und das Spiel sagt, du untersuchst kurz die Schaltkreise, Relais und Steckverbindungen, findest aber auf die Schnellen nichts Auffälliges. Sehr gut Spiel. Es hat uns nicht dazu gebracht, jetzt wirklich nochmal, äh, jedes dieser 3 bis 4 Details an die Wänden zu untersuchen, sondern es hat gleich zusammengefasst, Leute, hier gibt's nix. Sehr gut. Simon? Ja? Können wir jetzt endlich die Lochkarte hin? Ich will die schon die ganze Zeit da reinschieben. Schieb. So, jetzt aber aufpassen. Es ist nämlich die glatte Lochkarte, ja, weil wir haben ja jetzt mal... Glatte Lochkarte in... Lochkarte in Schlitz. Schlitz, oder? Eingabe... Schlitz funktioniert. Nee, man darf nicht immer alles im Leben abkürzen. Eingabe-Schlitz. So. Bist du auch schon soweit? Okay, es steht einfach nur erledigt da. Mh-mh. Jetzt kommt sonst was. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt wieder raus, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir einen Knopf drücken, ne? Oder? Untersuchung mal... Nee, wir müssen jetzt an die Pansole. Ja, genau. Dann gehen wir nochmal raus. Oder geht's hier noch... Nee, genau, es geht auch nur noch raus. Okay, raus. So. Dann können wir uns das hinsetzen. Ja, genau. Setz dich auf Stuhl. Schön hinsetzen, genau. So, wir sitzen. Okay, Hände auf den Tisch. Und jetzt speichern. Denn ich will hier nicht... Also, wir wären wahrscheinlich eh gleich schuld am... Keine Ahnung, irgendwie... Weltuntergang. Weltuntergang. Aber dann können wir wenigstens nochmal laden, wenn wir... Wenn wir merken, wir haben das falsche Land getroffen. So, einen Moment. Äh, 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 so. Okay, bist du bereit für den roten Knopf? Nee, warte mal. Ähm. Ah, jetzt, äh, Moment. Äh, 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 so. So, ich habe fertig. Jetzt schon? Ja. So, also, ich habe, werde jetzt eingeben, drück Knopf. Aber es sei dir freigestellt, einzugeben, drück leuchtenden roten Knopf. Nee, wieso? Na, du willst es doch immer so genau haben. Nee, wir haben doch hier so eine Konsole. Ich kann doch nicht einfach den Knopf drücken. Die Konsole, der Knopf schickt doch die Rakete, nehme ich an. Na so. Wir müssen doch erst berechnen, wie es da hinfliegen muss, oder? So habe ich das jetzt definiert. Sonst knatscht die da hier gleich vorne, äh, neben dem Weihnachts, neben der Weihnachtsfrau hin. Nee, aber das stimme nicht ganz. Weil ich habe jetzt einfach noch mal, weil ich kenne mich ja aus. Ich bin ja Grace. Und, ähm, und habe, weiß natürlich, dass wenn ich den roten Knopf drücke, dann startet das Programm, dass aus den Zielkoordinaten die exakte Flugbahn der Rakete berechnet. Bitte was? Nach der Berechnung. Du liest doch ab. Na, na, hallo, nein, das ist, ich. Nach der Berechnung, Falk. Werden die Ergebnisse auf dem Fernschreiber ausgegeben. Und dann rufst du deinen Vorgesetzten über die Standleitung an und gibst ihm diese durch. Ja, und darauf wird dann die Abschlussrampe entsprechend ausgerichtet und die Rakete gezündet. Ist doch logisch, weiß man doch. Und monatelang haben wir, äh, das Programm optimiert, damit heute kein Fehler passiert. Ja. Ich habe wahrscheinlich wieder mal in der Dummheit vergessen, wo das stand. Aber okay. Ich frage mich, ich frage mich, wie wir das Programm optimiert haben. Weil wir können ja schlecht testen, ob es funktioniert. Also, klar. Also können wir schon, dann landen irgendwelche Raketen irgendwo immer die ganze Zeit. Aber, na gut. Okay, dann machen wir mal, drücken wir mal den Knopf, ne? Drück. Okay. Drück. Knöppchen. Drück. Knopf. Also, drei, zwei, eins, los. Ich habe schon lange. Oh. Du drückst den roten Knopf und der Fernschreiber gibt folgende Meldung aus. Prozess Running, Punkt, 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 Punkt. Result. X gleich 4,3355. Y gleich 2,3435. Z gleich 6,423. Finished without errors. Beep. Das hat er bestimmt nicht geschrieben, sondern gemacht. Aber egal. Ein leichter Anflug eines Zweifels macht sich in deinem Kopf breit. Aber du verwirfst die Gedanken schnell wieder. Jetzt ist keine Zeit für Unsicherheiten. Ich dachte gerade dann so, na egal. Schließlich steht ein großer Schritt der Menschheit bevor. Wenn du den General anrufst und ihm die Rechenwerte durchgibst, ist dein Auftrag erfüllt. Okay, ich würde sagen. Ich nehme an, du hast irgendwo vorhin vorgelesen, dass es zwei oder eine sehr einfache Lösung gibt. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt einfach den Typen anrufen und dem sagen, hier Johnny, so sieht es aus. Dann ist das eventuell eine der zwei einfachen Lösungen. Ja, weißt du, was wir jetzt machen? Nee, aber du wirst es uns gleich erzählen. Es gibt eine amerikanische Strategie im Drohnenkrieg und die heißt Double Tap, also zweimal. Wir machen uns dieses Wissen aus der Zukunft jetzt zunutze und drücken nochmal. Weil was mich jetzt interessieren würde, ist, ob der Computer beim zweiten Mal das gleiche Ergebnis dasselbe raus hat. Pass auf jetzt. Du bist so klug. Bam. Ja, kommt raus. Ja, okay. Gut, Rechner funktioniert also zumindest, nee, warte, und wir erfinden jetzt die neue Strategie, die heißt Triple Tap. Pass auf, nochmal drücken. Okay. Immer noch dasselbe, okay. Also, der Rechner funktioniert anscheinend perfekt. Also, dann rufen wir jetzt mal den General an, oder? Ja gut, wir haben ja gespeichert, gell? Ja, genau. Ruf General an. Okay. Schau dich um. Was muss man jetzt für ein Device nehmen? Achso, das Telefon. Okay. Also, nimm Telefon. Oder wie macht man das? Du rufst General Malcolm Ace Granger an. Mhm. Und gibst ihm das Rechenergebnis durch. Der Prozess ist jetzt nicht mehr zu stoppen und der Countdown läuft. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gezündet. Die Rakete folgt exakt der berechneten Flugbahn, verfehlt aber das angepeilte Ziel. Die Brechnung des Winkels und der Schubkraft der Rakete war offensichtlich falsch. Offenbar falsch. Der General tobt vor Wut. Press a key to continue. Oh. Ähm, Moment. Es hat gescrollt. Ah, hier. Ui, 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 ui. 20 Jahre später. Textspiele sind als gefährlich eingestuft und von der Regierung verboten worden. Ein Autor, der auch in der Höhlenforschung um die Mammoth Cave beteiligt war, wurde bei dem Versuch erwischt, ein Textspiel zu schreiben und muss sich nun vor dem Verfassungsgericht verantworten. Die Blüte der kommerziellen Interactive Fiction wird im Keim erstickt. Das IF-Archiv ist leer. Du musst wohl noch einmal in die Vergangenheit reisen, um die Zukunft zu ändern. Ende. Okay, dann lass uns mal tippseln hier, laden. Meinst du, das war ein gutes Ende? Ja, gut. Aber Ende ist ja eigentlich auch ein passendes Stichwort für diese Episode. Es sei denn, wir wollen jetzt nur ganz schnell noch irgendwas probieren. Aber wenn wir jetzt nochmal ... Würde uns einfallen, was wir ganz schnell machen wollen? Ja, das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Also ich meine, das Einzige, was wir ja hatten, ist diese zerknitterte Karte. Da könnte man nochmal gucken. Dass wir die glatt bügeln. Als gute Frau haben wir natürlich immer ein Bügeleisen dabei, das ist klar. Und dann kann man das glatt bügeln und dann nochmal reinstecken. Vielleicht ist die Lochkarte richtig oder so. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht so richtig. Ja, okay, dann lass uns doch mal ... Also ich habe jetzt schon mal geladen, ja? Ja. Warte mal, wann haben wir gespeichert? Wir hatten gespeichert direkt vor dem Anruf, ne? Wir sitzen auf ... Nee, nee, vor dem Knopf drücken. Vorm Knopf drücken. Vorm Knopf drücken. Wir haben ... Hatten wir gespeichert, okay. Also untersuche zerknitterte ... Lochkarte. Lochkarte, genau. So, jemand hat sie in der Hosentasche gehabt. Ach so, das war schon diese Beschreibung. Okay, dann warte mal. glatte Lochkarte. Okay. Steck zerknitterte Lochkarte in Schlitz. Aber da müssen wir doch in den Computerraum gehen. Bin ich doch schon lange. Ach so. Ein leisen ... Oh ja, hier, Schreibfehler. Ein leisen Summen ertönt aus der Schaltzentrale. Okay, dann wieder raus. Setz dich hin. Okay. Drück Knopf. Oh, warte mal. Setz dich hin, nicht setz die hin. Setz dich hin. Okay. Drück Knopf. Der Fernschreiber sollte jetzt etwas ausgeben, aber es passiert nichts. Das liegt daran, dass die Lochkarte mit den Informationen von General Granger nicht im Eingabeschlitz steckt. Okay, das heißt, die leere Karte macht nichts. Die ist ja nicht leer, die sind ja nur zu knittert. Aber ich habe noch eine Idee. Meine ich ja. Ich habe noch eine Idee. Pass auf. Nimm alles. Also, ich gehe jetzt noch mal hin und stecke jetzt die zerknitterte Lochkarte in meine Hosentasche, stecke jetzt die glatte Lochkarte in den Schlitz und gehe jetzt noch mal raus, drücke jetzt den Knopf und dann laufen jetzt die Berechnungen. So, und jetzt sind die Berechnungen ja im Fernschreiber. Fernschreiber, den kann man jetzt untersuchen. Und dort, genau, da ist ja jetzt die Nachricht, nicht? Und da könnte man ja jetzt schon mal irgendwie vielleicht doch noch mal was gucken. Also, ob da ein Fehler, weißt du, vielleicht ist ja die, ach nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Weil ich dachte jetzt, dass der Fernschreiber vielleicht etwas Falsches ausgegeben hat. Aber wir haben ja gar keinen Monitor. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das auf einem Monitor sehen. Die Zahlen, die wir vorhin vorgelesen haben und der Fernschreiber sich jetzt vertan hat. Unser Monitor ist ja quasi der Fernschreiber. Und ich hätte jetzt gedacht, dass die Daten auf den Systemen falsch sind. Aber nee. Ja, äh. Ja, aber also theoretisch, also wenn was falsch ist, jetzt mal so vielleicht als Ende der Folge, weil so spontan, schnell komme ich jetzt nicht noch mal auf irgendeine Idee. Aber es sind ja zwei Sachen, die definieren, was wie berechnet wurde. Die Lochkarte. Ja. Die können wir nicht verändern, weil das ist ja das Ziel. Ziel. Also da steht ja nur das Ziel drauf. Und die zweite Sache ist der ganze Raum. Also der Computer quasi. Das Riesengehen. Ja, ja. Also hier die, 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 ähm, was vorhin so beschrieben wurde mit diesen vier, fünf Worten. Mhm. Das heißt, wenn es einen Fehler gibt, dann ja wohl nur, weil der Computer falsch gebaut ist. Mhm. Oder weil ein Bauteil kaputt ist. Das war aber scheinbar nicht der Fall. Weil ansonsten ist ja nicht so, dass wir da gerade irgendwie einfach mit ein bisschen C++ dann die Berechnung ändern können. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Und ich habe jetzt gerade nochmal versucht, den, äh, hinter den Mark zu gucken. Oder ich gucke jetzt nochmal unter den Mark. Ob da irgendwas ist. Aber da ist nichts Ungewöhnliches. Und öffnen kann man den auch nicht. Tritt gegen Mark. Ne, das geht nicht. Tritt Mark vielleicht. Einfach mal dagegen treten. Du könntest dich mal in dem, ähm, in dem Raum umschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Käfer oder so, die da rumlaufen. Ja, genau. Ne, tatsächlich nicht. Ich weiß ja nicht. Es gibt doch kein, es gibt doch kein Fenster. Hm. Und, aber, man muss auch sagen, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die, ähm, dass da ja diese Karte drinsteckte. Was ist das denn bitte? Warte mal. Ey, ich weiß was. Der, das hat doch garantiert jemanden manipuliert. Weißt du? Da kommt jemand rein mit so einer Lochkarte in der Hosentasche. Ja, ja. Deshalb stand vorhin auch da, äh, dass nur dieser, dieser, äh, Rotten-Johnny, ähm, Zugriff hatte. Weißt du? Ja. Das wird ja nicht umsonst dastehen. Übrigens geht mein Textinterpreter nicht mehr. Ja, ich hab, ähm, ich bin nochmal kurz rausgegangen in die Eingangshalle. Und da muss man sagen, es stehen dort ja Soldaten spalieren, ne? Mhm. Ähm, also ich will nur sagen, dass die, äh, bist du doch da? Hm? Ja, ja, ja. Ah, okay, so. Äh, hat nur grad abgehackt. Ähm, ich will nur sagen, dass die, dass, dass dort Leute sind, die theoretisch, also vielleicht ist ein Soldat davon so eine Art Spion, ne? Kann natürlich auch sein. Untersuchere Soldaten. Sie blicken sto geradeaus und bilden zwei lange Reihen. In der Mitte ist eine Geiste für dich frei, die direkt zur Schaltzentrale führt. Mhm. Untersuchere Hosen. Geht nicht. Boah, du Sexist. Ich hab dir nur die Hosen angeguckt. Ja, ja, na klar. Ja, das ist ja, äh. Also ich glaub, so oder so werden wir das Geheimnis, wenn wir es überhaupt lüften können, erst in der nächsten Folge lüften. Ja. Oder noch später. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Auf jeden Fall werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen. Ich sag mal, wir haben es versucht. Also wir haben schon mal das erste Ende erspielt. Das ist doch immerhin schon mal was. Ja. Ja, Begeisterung klingt anders. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja noch ein bisschen in der, ich bin ja noch ein bisschen in der, äh, in der, in der Geschichte drin. Aber kann leider nicht, ähm, nichts da ausfindig machen. Ja, gut. Ähm, also vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir können ja noch ein bisschen rumprobieren. Und, ähm, wenn wir was herausfinden, was jetzt wirklich nur noch fünf Minuten sind, dann werden wir einfach in der nächsten Folge, wenn wir ein anderes Spiel spielen, noch mal kurz darauf zurückkommen und sagen, hier, Leute, bei, äh, der Pionierin haben wir Folgendes rausgefunden. Und ansonsten machen wir eben noch eine ganze Folge. Mal gucken. Mal gucken. Mhm. Genau. Ja, viel, ja, noch was, äh, irgendwie anzumerken. Du wolltest vorhin noch einen wichtigen Fact droppen. Willst du den jetzt noch mal rein, äh, tun? Nö. Gut. Dann, äh, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.